Ey, Freunde, was geht ab? Das T steht für Coach. Das famos-fantastische Format für filigrane Fußball-Fetischisten geht in die sechste Saison. Amateur-Fußball-Übertrainer Hans Sarpey hat sich ein neues Team zusammengestellt, das jedem AfD-Kreisverband vor Freude die Tränen in die Augen treiben würde. Als Sarpey-Assistent gibt der polnische Panther Marek Fis ein Sensations-Comeback. Hey, Marek ist zurück! Hallo, ich bin Marek, ich freue mich endlich wieder zurück zu sein bei Hans Sarpey, die Teststift für Coach. Marek ist als Assistent für mich super wichtig, weil er einfach die Herzen der Spieler erreicht. Sobald ich bin Kabine, brennt die Hitte. Richtig! Neu dabei die deutsch-türkische Kreisliga-YouTube-Influencer-Legende aus dem Westerwald. Meti! Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Meti und ich bin Torwart-Trainer, Challenge-Beauftragter und verantwortlich für die Strafenkatalog. Deswegen Meti für alles. Meti spielt ja noch aktiv selber in der Kreisliga Fußball und deswegen ist er so nah an diesen Amateurfußball dran wie kein anderer. Und zusammen sind sie das neue deutsch-ganaisch-türkisch-polnische Power-Team bei Hans Sarpey. Das T steht für Coach. Die erste Mission startet im Ruhrpott bei der zweiten Mannschaft des SC Wacker Dienstlaken. Und solltet ihr, liebe Zuschauer und Fans fußballerischer Feinkost, der überaus naiven Meinung sein, ihr hättet in den vergangenen fünf Jahren, weil das T steht für Coach, schon alles im Amateurfußball erlebt, so versichere ich euch, ihr irrt, denn diese Jungs hier sind einzigartig. Was ist denn mit denen los? Ja, die drehen ja total durch. Können die auch normal sprechen oder so? Ja, zugegeben, was bei anderen Mannschaften vielleicht als grundlos penetrant politisches Gegröle abgestempelt werden würde, ist in Dienstlaken natürlich auch grundlos penetrant politisches Gegröle. Aber eben irgendwie normal und tatsächlich auch charmant. Ihr lebt mal eben noch konsequent nach den ungeschriebenen Gesetzen des Ruhrpottes. Paragraph 1. Wir können gut trinken. Bier trinken. Bier trinken. Gut trinken. Und gut trinken, also ordentlich saufen. Trinken. 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 Ah und saufen. Das ist ja alle, alle. Alle, schau mal. Komplette Mannschaft. Die drehen alle durch. Wann sind denn die nüchtern? Nach dem Training ein, zwei Bierchen, nach dem Spiel ein, zwei Bierchen. Das ist ja normal. Ein, zwei, ja, ja. Ich sag mal so ein Bierchen, zwei, drei, vielleicht auch vier oder so. Ich glaube, wenn mal nach dem Training oder nach dem Spiel kein Alkohol da wäre, dann wäre es richtig schwierig. Besser ist mit. Richtig. Denn mit ordentlicher Tü im Schädel, begleitet von ohrenbetäubender Bumsbeschallung aus mannshohen Boxen, laufen die Ballermann-Boys aus Dienstlaken zur absoluten Höchstform auf. Hört mal hier. Ich glaube, das ist die lauteste Mannschaft der Welt. Bitte was? Aber klingt komisch, wenn ich was jetzt sage. Aber die haben da einen guten Teamgeist. Hä? Also was Wacker Dienstlaken besonders auszeichnet, ist übrigens total guter Teamgeist. Und auch total lustige Spitznamen haben die auch. Hallo, ich bin Kai Erhard-Markiefka. Mein Spitzname ist Kiffi. Im Verein nennen mich eigentlich alle immer nur Jackson. Unter Insiderkreisen nennt man mich auch den Bademeister. Ja, hi, mein Name ist Olli. Und mein Spitzname ist die Fruchtfliege. Fruchtfliege? Leg mich weg! Jedenfalls ist das mit dem Trinken und so eh nur eine total verkürzte, oberflächliche Wahrnehmung von euch. In Dienstlaken geht es nämlich um die wahren Werte im Leben. Echte Liebe und große Freundschaft. Singen, saufen, schmusen. Das ist die wahre DNA des SC Wacker Dienstlaken. Guck mal, wie die da schunkeln, miteinander immer anfassen. Weißt du, wo mich das erinnert hier? Im Zoo, dieser Felsen, wo diese Pavian sind. Ja. Das noch einen Affen gerne? Ja, das ist auch so, diese Klausen, ne? Klausen, genau. Und wenn er sich heut Nacht verliebt. Schau mal, auch normal. Aber die umarmen sich direkt immer so. Die fassen sich immer direkt an und so schunkeln. Kuscheln immer. Dann guck ich ja schon wieder so, hey. Ja, bei Wacker steht Mann halt noch Wacker zu seinen Gefühlen. Eine große Gemeinschaft, die nicht nur aus elf, sondern gleich aus 30 Freunden besteht. Und Liebe will ja schließlich auch kommuniziert sein. Genau da setzt dann auch das fußballerische Problem der C-Ligisten an. Was macht denn der Bademeister Pavian da? Egal, sie haben ein ziemlich intensives Mitteilungsbedürfnis, auch und gerade während der Trainingseinheiten. Ja, es wird immer mal ein Späßchen gemacht. Ein Späßchen gemacht, das ist klar, ja. Manchmal werden Übungen erklärt und dann... Hört ja nicht zu. Der Erste, der dran ist, macht sie direkt falsch. Wenn er nicht zuhört. Das wird natürlich für die Trainer dann immer nicht so schön. Das wird sich bei mir ändern. Zwei, drei, da dauert das schon mal ein bisschen länger, aber am Ende kriegen die halt auch eine Bierne. Und so sieht das dann in der Realität aus. Ein ganz normales Training in Dienstlagen. Was fällt euch auf? Also jeder quatscht. Richtig. Jeder macht was an. Die ärmste Sau ist der Trainer. Die hören gar nicht zu. Hört ihr dem Trainer überhaupt zu? Ja, natürlich. Immer. Ja, ist klar. Irgendeiner aus der Mannschaft, ja. Wir sind alle immer stets bemüht, zuzuhören. Aber hast ja immer mal den ein oder anderen Hampelmann dazwischen, der dann seinen Nebenmann anlabert. Das ist eine Frage des Zuhörens, oder? Ja, das ist immer ein Problem hier. Ja? Ja. Allerdings. Warum denn eigentlich? Ja, weil wir alles schon oben sind. Der Fokus liegt schon auf der Kiste danach. Ach so, ja klar. Ja. Aber im Großen und Ganzen hören wir unseren Trainern natürlich schon zu. Ach so, ja klar. Die Jungs sind für einen Trainer schon eine Herausforderung, oder Hans? Trainer ist das total eine Herausforderung. Auch die 30 Mann zu trainieren, ne, ist schon hart. Deshalb hat die Zweite seit dieser Saison zum ersten Mal einen Trainer, beziehungsweise einen Trainer, gespannen, also zwei Trainer. Die brauchen sie dringend. Erstens, weil sie 30 Mann beim Training sind. Zweitens, weil sie permanent labern und nie zuhören. Und drittens haben sie ein veritables Schussproblem. Also Torwart ist arbeitslos. Oh, Torabschluss, ja. Ja, der Abschluss ist eigentlich... Ne, der ist grottig. Aber sie schießen schon echt oft neben das Tor. Ist schon nicht gut. Oh, oi, 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 oi. Oh, Gott. Also der Wald hat schon viele Bälle gesehen. Jo, Ballermänner sind die im Dienstlagen leider nur am Belübchen. Die wollen den Teuter am besten mit ins Tor haben. Immer voller Pulle. Aus fünf Metern voll mit Spannendorf. Also Hans, du musst auf jeden Fall an unserem Torabschluss arbeiten. Es muss dringend, dringend was gemacht werden. Naja, obwohl trotz Dauerrausch und Klumpfüßen sind die Dienstlackner für ihre Verhältnisse brillant in die Kreisliga C gestartet. Allein die Torquote lässt noch etwas zu wünschen übrig. Aber sonst... Aber 20 Torbüte haben sie gemacht. Ja, aber trotzdem wenig. Für die Mannschaften, die ganz alle oben sind, haben wir am wenigsten gemacht. Aber dafür haben sie euch ja schließlich gerufen. Einmal Tor treffen und dann aufsteigen, oder? Mit Aufstieg muss doch immer ein bisschen vollwittig sein. Was ich glaube, aufsteigen wollen wir nicht. Das hatte vor der Saison auch keiner im Kopf gehabt. Es ist unheimlich schwer, aus der Kreisliga 10, die Kreisliga B aufzusteigen. Alles einfacher, einen Abstieg zu vermeiden, als aufzusteigen. Nach echt? Wir sehen uns jetzt nicht als Saisonziel. Ach, die wollen gar nicht aufsteigen. Also alles eher so wie im Swingerclub. Wach, Kifi? Alles kann, nichts muss. Ausgesprochen war es nicht. Jetzt gerade fühlt es sich ein bisschen so an. Aber wenn es klappt, wäre natürlich überragend, wenn wir am Ende auch aufsteigen könnten. Das war der Älster, der immer sagt. Ich denke mal, dass der Hans auf jeden Fall so eine Art kleines Machtwort sprechen kann. Machtwort werde ich auf jeden Fall sprechen. Ich habe, glaube ich, manchmal so bei den Jungs den Eindruck, die denken immer, naja, kann ich halt nicht, kann ich halt nicht. Wir müssen noch strenger sein als sonst, damit sie das erreichen, was sie auch wollen, so heimlich. Der Aufstieg und richtig durchgreifen. Na dann, rein ins Vergnügen. Mit neuem Team, frischen Mut, auf zu Deutschlands lautester Party-Truppe, der SC Wacker Dienstlaken 2. Ein Ex-Profi wie Hans Sarpay kann sich natürlich nur schwer mit der Alles-Kann-Nix-Muss-Einstellung der Pöttler anfreunden und hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Wir wollen die dazu bringen, dass die wirklich an sich glauben und sagen, wir wollen aufsteigen, wir steigen auf. Na, wenn du dir da mal nicht zu viel vorgenommen hast, Hans. Weiß das Ziel, Aufstieg. Lassen wir mal. Ja, aber was ist, wenn sie gar nicht so wollen wie ihr? Was dann? Wenn sie sich nicht dran halten sollten, an das, was wir sagen, an das, was wir machen wollen hier, dann werde ich auch eingreifen. Und wie sehr es dann ausatmen wird, das sehen wir dann. Ja, Männer, wir haben jetzt erstmal eine Regel für euch. Wir sind ja auf dem Fußballplatz, deswegen nehmen wir den Ball ab jetzt nicht mehr in die Hand. Und falls wir irgendwas entdecken sollten, wo das nicht läuft, werden wir natürlich dann auch anschreiten und dann gibt es Konsequenzen. Zunächst will Hans aber erstmal überhaupt mit dem Training beginnen. Eine etwas komplexere Passübung, die einerseits warm macht und gleichzeitig die Konzentration der Wackerjungs einfordert. Denn Trainerfuchs Hans weiß. Wir hören nicht zu. Genau. Wenn aber ihr Gehirn mit der Verarbeitung einer überaus komplexen Aufgabe beschäftigt ist, bleibt kein Platz für Gelaber. So zumindest Sarpays Idee in der Theorie. Hier ist der erste Ball. Der wird hier hingespielt. Du musst hier reinlaufen. Ich spiel mich an. Lass sie hier klatschen. Nummer eins. Dummerweise hat Hans die Rechnung ohne den Wirt gemacht und der heißt in Dienstlagen heute Danilo. Wir erinnern uns, Trainer Wolle hatte Hans ja bereits vorgewarnt. Ich habe, glaube ich, manchmal bei den Jungs den Eindruck, die denken immer, naja, kann ich halt nicht, kann ich halt nicht. Aber ein Hans Sarpay wäre nicht Hans Sarpay, würde er sich davon irritieren lassen. Derjenige, der da hat klatschen lassen, läuft dorthin. Jackson und der Rest vom Pavianfelsen haben ebenfalls Bedenken, ob diese Passübung für die Dauer betäubt und beschallten Dienstlager Synapsen taugt. Das wird niemals sein. Warum? Zu viele Stationen. Das können wir uns nicht mehr. Achso, ja klar. Das ist ganz möglich. Na ja, also. Das ist ganz möglich. Ob der Hans das auch so sieht? Wir kommen nochmal zusammen. Alle zusammen. Das sind zu viele Stationen. Wie kann man sich nicht mehr? Warum habt ihr uns gerufen? Wo ist der Nilo, wenn man ihn braucht? Hinter dir. Ich höre was. Ich will was hören. Normalerweise katschen doch alle. Seid ihr die Weltmeister. Große Fresse. Einfache Frage. Warum habt ihr uns gerufen? Das ist schon viel zu viel hier Stationen. Also einfacher wäre vielleicht mal ein bisschen besser. Nee, nee. Ihr habt es noch gar nicht gemacht. Wir haben noch gar nichts gemacht. Das ist das Problem. Bis jetzt hat ja jeder wenigstens versucht. Die haben es versucht und es hat nicht geklappt. Okay, aber bei denen war es ja von vornherein. Das ist, glaube ich, zu hoch für uns. Wir können rauf und runter laufen. Oder ich kann euch laufen lassen, ganze Zeit um den Platz. Einfach schießen. Dafür braucht ihr mich nicht holen. Wenn ihr nichts anderes lernen wollt, ist es okay. Und dann gehen wir und ihr macht das doch. Ist doch kein Problem. Ich hatte ein bisschen Angst, ne? Er war schon ein bisschen in der Hose. Er war nicht gut. Er hatte ein bisschen Angst vor Hansi. Ich glaube, das ist genau das, was er auch erreichen wollte. Ich glaube, wenn sich dann noch einer dagegen aufgelehnt hätte. Er hätte aufgefrescht. Ich fand ja, also, weiß ich nicht. Die Situation an sich habe ich jetzt so gar nicht so empfunden, dass er wirklich so schlimm war. Okay, aber der hat dann alles aufgefasst. Und damit haben wir ihm offensichtlich den Respekt dann nicht gezollt. Und wenn wir dann noch was gesagt hätten, wäre er gefahren. Dann haben wir den Respekt dann doch lieber rausgekramt. Wir sind hier, um zu gewinnen. Wir sind hier, um anständig zu trainieren. Da habe ich nicht so richtig verstanden in dem Moment, warum man sich aufgerichtet hat. Wir bereiten uns vor auf das Training. Wir haben eine Idee. Wir wollen denen was beibringen. Und dann stehen die da, hören nicht zu und versuchen es gar nicht. Jetzt müsst ihr sagen, was ihr wollt. Wir haben Bock. Wir haben Bock. Für mich war das der Anschalter. Vorher war Stand-by, oder nicht mal Stand-by, war aus, Fernseher. Und dann ging das Programm los. Auf dem Hans-Programm steht nun endlich die Passübung. Hans, kannst du bitte nochmal erklären, worum es eigentlich geht? Ist eben ein bisschen untergegangen. Ich weiß auch nicht warum. Passübung sollte immer spielnah sein. Du spielst einen an, der lässt klatschen. Einer läuft sich frei in den freien Raum. Und da wird der Ball wieder hingespielt. Der rechter Verteidiger oder Lenkverteidiger kommt, bietet sich an, der lässt den klatschen. Und da entstehen immer in jedem Bereich auch Dreiecke, die im Spiel auch sein sollten. Wo du die Möglichkeit hast, kann ich den anspielen oder kann ich den anspielen? Den oder den. Das sind eindeutig zu viele Möglichkeiten auf nüchternen Spielermagen. Die Dienstlager-Selbsteinschätzung, das muss man ihnen bei aller berechtigten Kritik lassen, ist exzellent. Weniger wäre hier ganz sicher mehr oder zumindest eine Kiste als Belohnung. Sie versuchen es zwar, aber so richtig klappen. Nee, klappen klappt noch nicht. Konzentriert euch, kommt! Leichter gesagt als getan. Heute gab es nicht mal ein Püllekind vorm Training. Wie soll man sich da konzentrieren? Ich weiß nicht, ob das Problem jetzt ist, dass sie es nicht verstehen oder ob sie es nicht können. So Jackson, hast du eine Idee, was das Ganze hier soll? Ja, Fußballspielen. Ja, das ist ja richtig, aber... Ich weiß nicht. Gucken, was der andere halt machen, die man spielen muss. Ein bisschen nachdenken, ob wir ihn bei jeder Mama sonst... Auf, was denn da? Ja, ich werde hier interviewt! Sorry, Hans, sorry. Ja, geht auf mich, mein Fehler. Ja, es ging halt um verschiedenste Passtechniken. Doppelpässe, abklatschen lassen, Ball im Lauf mitnehmen zum Nebenspieler. Und die Laufwege der Mitspieler, ja, jetzt nicht analysieren, die haben wir ja vorgegeben bekommen. Aber schon, ja, ein bisschen komplexeres Denken, ne, würde ich sagen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich dachte, ich sage, was Schlau ist. Komplex und so. Ohne Scheiß, wenn der Hans das nicht sieht, ne, was wir gerade uns da zurechtstammeln. Ah, immerhin, außer Fruchtfliege. Und Jackson ist zumindest ein Teil der Truppe in der Lage, Hansens Einstein-Übung zu bewältigen. Oder, Meti? Wir versuchen grundsätzlich über die Position, die wir aufgebaut haben, erstmal über einen steilen Ball, der dann geklatscht wird, Dreiecke zu bilden. Dann spielen wir später noch einen Doppelpass. Hier ist eine leere Station, die besetzt wird von der Person, die den ersten Ball klatscht, damit wir da auch die Räume schaffen. Und mithilfe von zwei Kontakten soll diese Übung ganz einfach einmal durchgespielt werden. Und siehe da, es klappt. Zumindest ein bisschen. Aha, halbwegs gute Runde mal hier, kommt. Ist ja oft so, wenn man was nicht kennt, dann traut man sich da nicht dran. Und wenn man das dann ein, zweimal gemacht hat, dann hat man vielleicht sogar Spaß an der ganzen Aktion. Ich weiß ja, dass das funktioniert, auch im Kreisliga-Bereich. Du musst natürlich deinen Kopf einschalten. Jede Position muss nämlich aufpassen. Wenn du einmal nicht aufpasst, pennst, dann wird es nicht funktionieren, ist klar. Fruchtfliege. Jetzt tu mal. Warum macht Hans diese Übung? Damit nicht immer der mit Ball die ärmste Sau auf dem Platz ist. Das ist ja einfach so, ja, das würde es mir nix, wenn ich nur einen Ball am Fuß habe, aber keinen habe, dem ich den Ball zuspielen kann. Fruchtfliege, Respekt. Yes. Du hast den verdammten Jackpot geknackt. Zehn von zehn. Was kriege ich jetzt? Also ich sag mal, für die Erklärung kriegst du nach dem Spiel von mir eine Kiste. So, ich hab ja gehört. Bei aller berechtigten Freude über diesen Geniestreich hat Hans noch eine nicht so tolle Mitteilung für die Ballermänner. Wir haben ja gesagt, wir nehmen den Ball nicht in die Hand. Also wie viel Mal wurde der Ball in die Hand genommen? Also bis gerade eben zweimal, aber ein Kollege hat hier gerade noch einen nachgelegt, also drei. Das bedeutet, wir machen 30 Liegestütze. Und eins, zwei, zwölf, dreizehn. Sieh durch, sieh durch! Hans, du bist aber ziemlich streng heute, oder? Wir wollen nur gewinnen. Das ist die Aufgabe vom Trainerteam. Mehr nicht. Die haben das jetzt gespürt und es passiert nicht nochmal. Wollen wir es hoffen. Als zweite Problemzone haben die Dien Slaken ihren ausgeprägten Torschussdefekt angegeben. Hans will diesen Defekt kurieren. Spielerisch im Duell. Möglichst viele Buden in drei Minuten. Team Grau muss zunächst aus vollem Lauf schießen. Team Bun steht hinter dem Tor und fängt den Ball ab. Allerdings nur mit dem Fuß, nicht mit der Hand. Und danach umgekehrt. Hinter diesem Hütchen, in dem Bereich sein. Okay? Direkt schießen. Direktabnahme, nur Direktabnahme. Los geht's! Oh, das tut ja schon beim Zugruppen weh. Hui, aber Team Grau legt jetzt los, als gäbe es kein Morgen mehr. Alle Schützen netzen sicher ein. Da kommen die Bunten hinterm Tor kaum mit. Zählt hier eigentlich einer mit? Äh, ja, ich hier. Vier. Oh. Fünf. Sechs. Sieben. Yo. Hände weg! Hände weg! Die Ansage kam leider zu spät hier. Ende. Sieben Tore in drei Minuten. Bisschen wenig, ne? Jetzt schauen wir mal, was die anderen machen. Und? Macht ihr mehr als sieben Tore? Ja. Ey, Fruchtfliege. Warst alle rein? Ja. Um Gottes Willen. Was denn? Jetzt ist Bunt dran. Erster Versuch mit Außenriss gegen die Latte. Von da an den Arm des Keepers. Der Ball geht rein. Nein. Der Versuch wird von Hans annulliert. Zu Unrecht, wie der Videobeweis zeigt. Aber schon der zweite Schuss sitzt. Im Spiel kriegt er keinen Ball, Alter. Zwei. Oh. Drei. Gib it doch gar nicht. Doch, gib it. Vier. Und fünf. Jetzt Jackson. Der war knapp. Boah, hier, Hans. Hans-Spiel. Hast du gesehen? Jetzt Fruchtfliege von rechts. Und Fruchtfliege von links. Einfach erbärmlich. Fliege da, Fruchtfliege. Flieg. Okay, jetzt verstehe ich fast. Ja, ich habe nicht so viel versprochen. Aber das ist einfach meine gesunde Selbsteinschätzung. Ja, schon wieder mal. Mag die Leber auch noch so benebelt sein, der Dienstlacher Geist ist hellwach. Leider sind die Füße nach wie vor falsch eingerengt. Ey, Wahnsinn, ne? Wie viele drübergegangen. Wie die von 11 Metern oder 12, 13 Metern, manchmal von fünf, den Ball über den Zaun gehauen haben. Wie viele auch? Äh, alle. Hey! Aber teilweise Schnee drauf. Mhm. Hey, bring Äpfel mit! Ja, ist aber auch schon echt hoch, der Zaun. Ist auch dann wieder eine Leistung, da drüber zu schießen. Also, machst du auch nicht einfach so. Man muss nicht unbedingt volle Pulle. Wenn man im Sechzehner ist, kann man auch mit der Innenseite den Ball reinmachen. Aber doch nicht bei den Dienstlaken, Hans. Bund verliert mit 5 zu 7, sucht allerdings die Schuld bei Assistent Marek. War irgendwie 5 zu 7. Ja, da waren wir schon klar beschissen. Definitiv. Absolut. Der kann nicht sehen. Wir haben definitiv mehr Tore geschossen. Ach ja, und dann war ja da noch die Nummer mit dem Ball in der Hand. Hier. Und hier. Ja, und hier. Meti hat sich eine besonders schicke Bestrafung ausgedacht. Wir laufen jetzt auf unserer Höhe, aber nicht normal. Schubkarrenlauf. Besonders schön hier auf dem Platz. Ich hab das früher auch gemacht. Also, vor allem auf dem Hartplatz hab ich meine halbe Jugend gespielt. Ich hab das genauso durchgemacht. Und wieso soll man nicht, wenn man nicht aufpasst, ein bisschen Dreck fressen, ne? Ja, zum Beispiel, weil's weh tut. Was Meti nicht bedacht hat. Neben Dreck hat die Ruhrpott-Asche natürlich auch jede Menge Glassplitter, die sich durch mehrere Jahrzehnte Kistenkonsum mit der Asche quasi symbiotisch verbunden haben. Schlicht, es schmerzt. Dreck fressen, Dreck fressen! Zieh! Zieh! Ja, der Boden ist einfach verdammt hart. Die ganzen Steinchen bohren sich hier in meine zarte Haut. Echt so schlimm? Ja, ich kann eben wieder Haft spielen. Und das, was jetzt kommt, liebe Zuschauer, ist wahrlich einzigartig in der Geschichte dieser Sendung. Jetzt steht der Teamabend an. Die Dienstlaker, äh, Lakenner, Laker, sind bereits zehn Minuten nach Trainingsende wieder im normalen Party-Modus. Assistent Marek hat sich ein besonderes Event ausgedacht, das normalerweise für heitere Seniorenabende im Altersheim gedacht ist und die überdrehten Ruhrpottseelen zärtlich streicheln soll. Ich möchte eine gute Figur machen als Konferencié von Bingo. Weil Bingo ist ein tolles Nationalsport. Und ich habe gehört, Dienstlaken ist Hochburg von Bingo. Und ich denke, das ist auch der richtige Ort, die richtige Zeit. Auch die richtige Mannschaft, die das jetzt braucht. Also ich denke, sie werden mich sehen. Und das ist immer bei mir dieser Wow-Effekt. Weil die Leute sind dann automatisch ruhig und freuen sich einfach, was jetzt kommt. Marek schafft es, binnen Sekunden mit seiner schieren Präsenz den Raum zu erobern. Die Ballermann-Boys schnurren wie Kätzchen und hängen gebannt an seinen Lippen. Äh... Meine lieben Damen, meine lieben Herren, nach dem Training möchte ich, dass wir etwas fürs Herz aufmachen. Ich habe etwas mitgebracht, weil ich habe in Polen eine Sendung, die heißt Polen sucht der Bingo-Star. Und... Ich bescheiße da immer, aber heute nicht. Ich würde euch bitten, jeder nimmt sich bitte einen Zettel. Und wenn ihr seht, eine Nummer von euch, dann kreuzt ihr die natürlich an. Und derjenige, der zuerst Bingo-Streit hat, die ganze Scheiße hier gewonnen. Ich eröffne hier mit den ersten Dienstlakener Bingo-Saufabend. In jedem anderen Vereinsheim würde allein die Ankündigung eines Bingo-Abends ausreichen, um den Abend zu zerstören und alle Beteiligten in ein ausgedehntes Wachkoma zu schicken. Nicht so in Dienstlaken. Die Nummer 1, die Nummer 1, Werder stolz hält, du sagst, du sagst, du sagst. Ja, die Jungs waren natürlich immer noch paralysiert von Hans' Ansprache. und ich wollte die wieder zu mir holen und mental wieder aufbauen und durch dieses schwere Spiel sie auch ein bisschen zum Nachdenken bringen, über ihr eigenes Leben aufgereift. Konzentration, weil jetzt kann jede Kugel entscheidend sein, wie in Berlin, Neukölln. Oh, Ruhe, Ruhe, Achtung, Achtung, mit der Zusatzzahl 52 hat gewonnen, wie viel? 52, WIGO! Das war ja klar, oder, dass ich gewinne. Da wurden wir auf jeden Fall beschissen, weil der Hans gewonnen hat. Ja natürlich, also das kann ja nicht sein, das ist doch geskriptet hier alles. Ich weiß gar nicht, warum der heute mitgemacht hat. Ich weiß halt auch nicht. Hans, für dich schönes Geschenkchen. Bei mir ist alles mit richtigen Dingen abgelaufen. Danke noch mal, ne? Das zweite Training steht an und Hans hat sich eine Menge... Äh, also eigentlich steht doch jetzt das zweite Training an, ne? Dachte ich eigentlich. Also das zweite Training. Jungs, das zweite Training. Dachte ich. Bier zum Frühstück? Konter. Konter, genau. Ah, Konter. Konter jetzt immer noch oder schon wieder? Fast immer noch. Ist klar. Auch der Jackson ist heute in fabulöser Stimmung. Diese Art der Abläufe kennt man in Dienstlagen. Daher sitzt auch jeder Move. Außerdem stimmt endlich der Pegel und die Mucke, um ordentlich trainieren zu können. Vielleicht war genau das ja gestern Hans großer Fehler. Ohne Kiste und Beschallung kann man im Pott nicht trainieren. Das sollte gerade er als Ex-Schalker doch eigentlich wissen. Mal ehrlich jetzt. Aber das Trainerteam ist lernfähig und vor allem Pole Marek fühlt sich sichtlich zu Hause. Kranke Truppe. Positiv krank. Crazy. Eine Einheit. Die haben doch eben erzählt, dass sie bis sieben oder so in der Distel waren. Als ganze Truppe. Wo findet sie das? Dass wirklich eine Mannschaft so geschlossen zusammen weg geht, feiert und dann auch noch dann geschlossen zum Training kommen. Zweite Trainingseinheit. Es ist super, dass ihr noch voll seid. Aber das hindert uns nicht, wenn wir auf dem Platz sind, auch 100 Prozent zu trainieren. Das bedeutet, nehmen wir den Ball in die Hand, machen wir alle zehn Liegestütze. Ich mache jetzt keine zehn Liegestütze. Das würde ich euch nur sagen. Und das ziehen wir durch. Wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Fußball arbeiten. Fußball arbeiten. Meti und Marek starten mit dem Warm-Up und zum ersten Mal in meinem Leben, liebe Zuschauer, bin ich sehr, sehr glücklich, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Marek hat von gestern gelernt, dass Ballermannmucke die Ballermannboys erst so richtig aktiviert. Allerdings bekommen die vielen abrupten, hüpfenden Bewegungen offensichtlich nicht jedem Wackerspieler so richtig. Na Jackson, alles klar? Jackson? Lachna! 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 Aspirin! Du hast Aspirin, ne? Ja. Ich geh lieber kotzen, ne? Nee, kotzen muss ich nicht. Ich hab nur ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, ist ja immer eine Kabine. Ja. Nein, die brauch ich gleich. Ja, aber nicht alle. Das war der letzte. Ehrlich? Ja. Ja, das ist ja dann ein Problem. Auch bei den anderen vom Pavianfelsen lassen sich einige koordinative Gleichgewichtsprobleme beobachten. Versucht dabei stehen zu bleiben, das ist halt ein Vorteil. Du verlangst echt viel heute. Du sollst noch ein bisschen am Zittern, ne? Ja, fällt schon ein bisschen schwerer. Definitiv, wenn man Alkohol getrunken hat. Jaxson hat mittlerweile die Aspirin gefunden, allerdings sehr zum Ärger von Lachna. Äh, was ist das Problem? Das hat meine letzte Ibu genommen. Nee, letzte Ibu. Was war los? Ich war kurzen zu Valwatt suchen. Hast du gefunden? Ich hab's gefunden. Fühlt es dich leichter jetzt, oder? Nee. Ja du. Glaubst du das klappt für die Trainingseinheit? Natürlich. Nee. Ich habe wirklich wo eine Ibu reingehauen. Weil, bei jedem Schritt hat das... Äh, ja, je getan. Oh, mh. Hans startet einen neuen Versuch mit einer Passübung. Diesmal im Wissen um den erbärmlichen körperlichen Zustand seines Teams etwas weniger komplex. Obwohl für Jackson wohl doch noch etwas zu sehr. Jackson, Jackson, Jackson. Geh erstmal raus, guck erstmal zu. Erstmal zugucken. Für euch jetzt ganz langsam, damit wir reinkommen, ne? Wir fangen so an, ich spiel den Ball hier nach außen und gehe raus. Haben wir noch alle verstanden, ne? Super. Das jetzt aber auch locker hinbekommen, oder? Natürlich. So easy. Du spielst ihn an. Genau. 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 Ich stark die Truppe. Ich stark die Truppe. Überragend die Truppe. Wahnsinn, was ist los? Für mich völlig unverständlich, dass der Hans dir das nicht zutraut. Ehrlich. Ich verstehe auch nicht, was das ist. Ich hab doch den Tiger wird komplett ausgelassen von euch. Wie sonst auch. Wir machen Stopp. Stopp, stopp, stopp. Überragende Truppe. Wie viel sind wir? Jackson, du auch? Was denn? Ich hatte eben mein Interview. Zugucken oder mitmachen? Ich kann auch mitmachen. Aber da musst du noch mal erklären, weil ich hab grad Fragen beantworten. Ich musste Fragen beantworten, hallo. Ich kann auch mitmachen, ja. Das ist deine Entscheidung. Ach so, ja, ich mach mit. Mit der richtigen Promillezahl läuft auch der Ball wie am Schnürchen. Okay, vielleicht ein bisschen langsam, aber immerhin. Auch Hans ist begeistert. Gut. Sieht doch gut aus. Richtig. Perfekt. Super. Klappt doch. Besser geht's nicht. Also, Training unter Alkoholeinfluss lief irgendwie vom Gefühl her besser, oder? Ja, hatte ich irgendwie auch heute. Aber ich kann das jetzt auch nicht so gut beurteilen, weil... Wegen des Alkohols. Ja, und was fürs Passen gilt, müsste für den Torschuss doch erst recht gelten. Da hat es gestern ja auf nüchterne Leber auch noch nicht so gefunzt. Jeder schießt nur einmal. Ihr dürft nicht über diese Linie schießen. Hinter der Linie. Wenn er über ist, ist kein Tor. Los geht's! Aber auch besoffen klappt es zunächst mal eher so semi. Planlos wird die Kirsche auf die Bude gedroschen. Das tut Kreisligatorwart Meti besonders weh. Leco mio, Jungs. Leco mio. Einfach mit der Seite schieben. Zu nah. Ey, der war hinter. Der war zu nah. Genau. Ich hab' genau gesehen. Ich hab' auch was gesehen. Und zwar ganz genau. Erinnert ihr euch noch, was Hans zu Beginn des Trainings gesagt hat? Nehmen wir den Ball in die Hand, machen wir alle zehn Liegestütze. Ruhe, zwei haben den Ball in die Hand genommen. Ja, und zwar hier Danilo und dann direkt hinter Danilo, da. Aber eigentlich hat Hans ne ganz andere Idee. Ich geb' euch ne letzte Chance, damit die zwei weggehen. Wir schießen hier nur mit der Innenseite. Schießt einer mit den Spannen, machen wir die 20 Liegestütze. Mit diesem cleveren Schachzug will Sarpay die Wacker-Jungs dazu bringen, ihr Schussverhalten zu ändern. Statt mit brachialer Gewalt und Vollspann endlich mit der Seite gezielt und kontrolliert. Seht nicht, zwei eins. Das kommt sogar bei Jackson an. Eigentlich mögen sie ja Veränderungen nicht so gerne. Aber die Androhung von Liegestütze im besoffenen Kopf lässt sie sämtliche Zweifel vergessen und Trainerherzen höher schlagen. Man sieht, wenn man die Innenseite benutzt und ein bisschen mit Köpfchen spielt, dann können die Bälle tatsächlich auch reingehen. Ich glaub, die merken langsam auch, warum man das macht. Mal sehen, warum macht man das, Jackson? Ja, weil auf die kurze Distanz der 16er, da muss man halt nicht volles Rohr, dann geht der ja flirten. Du musst ja ein bisschen zielen, gucken, wo der Torwart steht. Ist schon clever. So ist das. Idee angekommen. Mission accomplished. Okay, nicht bei Hauke. Das geht Minus. Das war ein schöner Spannschuss, ne? Kommt zusammen, kommt zusammen. Ich erlasse euch die 20 Liegestützen, aber irgendjemand hat gerade jetzt wieder den Ball in die Hand genommen. Na klar, Jackson. Wer sonst? Eins, zwei, drei, kommst du, sechs, sieben, neun, zehn. Gut. Jungs, denkt daran morgen, wenn wir im 16er sind, nehmt die Innenseite, sucht euch eine Ecke aus und haut den da rein. Spieltag. Heute zählt es, das vom Trainerteam Erlernte im Spiel gegen Post-Siegfried Hamburg, also gegen Post-Siegfried Hamburg umzusetzen. Die schwierigste Frage muss vorab beantwortet werden. Wer darf von den 30 besten Freunden überhaupt gegen DHL Manfred spielen? Weil weder Trainer noch Spieler diese Frage beantworten wollen, haben sich die Dienstlaken zu einer etwas unorthodoxen Methode entschieden. Auslosung und Marek ist glücksfähig. Ich glaube, das ist die faireste Methode heute. Bei so vielen Leuten und alle wollen spielen, da muss man einige wehtun. Wir sind hier alle ein Team, von Nummer 1 bis Nummer 30 oder 34. Und ich habe die schwere Aufgabe, jetzt hier drei Leute zu bestimmen. Und ich mache es kurz und schmerzlos, damit das jetzt... Soll ich halten? Ja, halt mal. Auf der Bank sitzt Robin. Blechi. Und Danilo. Ich glaube, man kann das nicht jede Woche machen. Ich glaube, wenn man das jede Woche macht, dann hat es natürlich am Ende dann nichts mehr mit auch Leistung zu tun. Dann wäre das, glaube ich, unfair. Hans erinnert die Dienstlakener Spieler nochmal daran, wie sie heute aufs Tor schießen sollen. Wenn wir im 16er sind, nehmt nicht den Vollspann. Schiebt den Ball, sucht euch eine Ecke aus. Komm, umziehen. Wochenende. Wochenende. Während sich die ersten Elf aufs Spiel vorbereiten, gehen die übrigen 20 ihrem Lieblingszeitvertreib nach. Paul B. Jackson ist nach dem Totalabsturz des Wochenendes von Hans auf die Bank gesetzt worden. Jackson war gestern sehr, sehr voll, sagen wir mal so. Nein, ich war natürlich ein bisschen übermüdet, weil wir eine lange Nacht hatten. Aber beim Training war ich ja nicht mehr voll. Angeschlagen vielleicht, ja. Ja, ich muss euch mal sagen, als wir Freitag hier gekommen sind, ich wusste nicht, was uns hier erwartet. Und jetzt bin ich Sonntag hier. Und was ich gefunden habe, sind 33 verschiedene Menschen mit Stärke, mit Schwächen, aber Charakter-Menschen. Und ich habe noch nie so einen Zusammenhalt in einer Mannschaft gesehen. Und diesen Zusammenhalt, den will ich auf dem Platz sehen. Es ist alles bereit, geiles Wetter, Zuschauer. Alles ist bereit für eine große Party, aber dieser Gegner will uns hier die Party vermissen. Aber hier ist Kurva Wacka-Dienstlaken. Und es bleibt hier Wacka-Dienstlaken. Und ich möchte auch die anderen. Wir müssen darauf achten, dass wir unser Spiel machen, dass wir ruhig spielen, kein Harakiri spielen, nur weil jetzt so viele Leute heute da sind, den Gegner mit Respekt behandeln. Auch wenn die Tabellare schlicht gut dastehen. Das interessiert uns heute gar nicht. Hat uns auch gar nichts zu interessieren. Ist das der nächste Sieg zum Aufstieg? Das ist der nächste Sieg zu den nächsten drei Punkten. Und dann kommt Römer weiter. Oh, okay. War ein Versuch. Danke, frohe Fliege. Das Gute bei den Jungs ist, die haben sich ja vorher keinen Druck gemacht. Und deswegen stehen die da oben. Und wenn jetzt die das Saisonziel so schnell ändern, dann machen sich so viel Druck. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere damit klarkommen werde. Also bei uns in Polen gibt es Stichwort, mit der Anzahl kommt der Appetit. Das heißt, du nimmst einen Chips, isst, schmeckt gut, nimmst noch einen, schmeckt gut. Und irgendwann ist fast die Packung leer und du willst sie leer machen. Das ist wie mit Sieg. Du gewinnst einmal, gewinnst zweimal, dreimal. Aber auf einmal merkst du, oh, das schmeckt aber. Jetzt will ich alles haben. Und ich glaube, mit der Geilheit von den Siegern, mit diesen Erfolgserlebnissen, die die haben, wenn die sehen auf Tabelle, oh geil, Platz eins. Je mehr Erfolge kommen, desto größer wird der Appetit. Essen! Wir gewinnen. Definitiv. Wir werden heute gewinnen. Mit ziemlich breiter Brust und Selbstvertrauen gehen die wackeren Wacker-Jungs ins Spiel. Fantastischer Pass in die Zentrale, da steht Krauti. Aber er schafft es nicht, Druck hinter die Kirsche zu bringen. Schade. Weiter Krauti! Aber das war schon mal ein erstes Ausrufezeichen. Und weiter geht's, nur in eine Richtung. Präziser Pass von Sascha auf Sebi. Das muss es doch sein. Riesenchance. Innenseite. Ja, die Flanke kommt perfekt von links an langen Pfosten. Er steht frei, nimmt ihn nicht mit der Innenseite, wie wir es gesagt haben. Sechzehner, sondern Vollspann oder die trifft ihn nicht richtig mit der Innenseite. Einfach, da hat man mehr Fläche, womit man den Ball treffen kann. Tor ist fast frei. Ja, war frei. Weil der Torwart noch am kurzen Pfosten war, sehr, sehr gute Chance. Den hätte er machen müssen. Naja, aber bislang läuft es ja richtig gut. Sieht doch auch der Jackson so, oder? Sieht doch ganz gut aus eigentlich, ne? Also hätte es schlechter laufen können. Aber die stellen sich auch tief hinten rein. Die haben vorne. Da haben wir erstmal was zu knacken, denke ich. Ja, aber das ist alles nur eine Frage der Zeit, wenn du mich fragst. Eine wacke Angriffswelle nach der anderen rollt über die armen Post Siegfriedler. Wo nehmen die Jungs nach den Exzessen des Wochenendes nur die Kraft her? Wow, wieder Sebi, diesmal von links. Körpertäuschung, Schuss und drin ist er. Wir haben den Ball auf der rechten Seite, spielen den lang zu Kauti. Er nimmt den Ball an, dreht sich, spielt eine Flanke, Halbflanke in die Mitte. Sebi steht lang, nimmt den Ball an, geht eins gegen eins in die Mitte und haut den schön mit rechts mit der Innenseite in lange Ecke. Mit der Innenseite. Was er eben nicht geschafft hat mit der Innenseite, hat er schön ins lange Ecke geschlänzt. So muss das sein. Das heißt, ihr habt regelrecht zugehört beim Training. Mit der Innenseite. Ja, hilft Sebi auf jeden Fall. Offensichtlich. Halbzeit 2. Ein schnelles 2 zu 0 muss her, denn ich bin mir nicht sicher, wie lange die Partylöwen aus Dienstlaken dieses Tempo durchhalten können. Aber es geht ganz schnell, Krauti spielt auf Jonny und Jonny, der schiebt überlegt in die rechte Ecke mit der Innenseite. Direkt nach der Halbzeit, da kommen wir gut ins Spiel. Ja, wir haben den Ball gewonnen im Mittelfeld. Pico spielt ins Zentrum, wo Krauti auflegt auf Jonny und Jonny läuft allein auf dem Torwartzug. Und macht den eiskalt rein. Womit? Mit der Innenseite. Mit der Innenseite. Das, was wir auch gesagt haben, nicht so hektisch abschließen, ruhig bleiben vom Tor. Perfekt umgesetzt. Dienstlaken bleibt am Drücker. Pico bringt die Flanke perfekt in die Mitte, in den 5-Meter-Raum. 3 zu 0. Nein, gar nicht. Freistoß, Freistoß, Freistoß. Freistoß hat der gegeben. Was? Wie denn? Komm weiter, komm! Weiter, Jungs! Was hat der denn denn gegeben? Olli, da vorne! Unser Ball, komm! Ach, komm! Pico bringt den Freistoß rein, der Ball wird gegen den Spieler geköpft, kommt zurück und irgendwie über die Linie getragen. Ob es ein Handspiel, Foul, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter gesehen hat. Olli, komm! Ja, ich kann aufklären. Tatsächlich bekommt Sven den Ball hier an die Schulter. Vertretbare Entscheidung, wie ich finde, des Schiedsrichters. Ja, ja. Wird nichts mehr anbrennen. Einer! Weil der Gegner einfach nicht kann. Der Gegner will, aber kann nicht. Mag sein, aber das ist vielleicht etwas vorschnell geurteilt. Vergesst nicht, wir sind in der Kreisliga C und wir sind eine Party-Truppe im Dauerexzess. Irgendwann muss Wacker-Dienstlaken eigentlich konditionell einbrechen. Ja, und genau das passiert jetzt, wo ich sage. So schnell geht das. So schnell geht das, ganz genau. Wir haben einen Fehler gemacht, haben den Außen durchgehen lassen und dann haut er den Ball in die lange Ecke rein. Wir haben gepennt, aber es ist klar, es steht 2-0, der Gegner hat noch nie eine Torchancen gehabt. Dann machen alle ein bisschen ruhiger, haben nicht mehr ihre Positionen, dann passiert das. Außerdem nichts, ein Drecks-Tor. Ich glaube, dass wir uns da zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ein Stück weit zu sicher gefühlt haben, Ganz genau, Fruchtfliege. Der Sieg hängt jetzt am seidenen Faden. Letzte Minute, ein letzter Schuss von Post Siegfried. Uuuuh. Nein, das war's. Wenn wir nicht aufgepasst hätten, hätten die das 2-2 gemacht. Der eine hat einmal aufs Tor geschossen, der Ball ist geflattert und er wäre fast reingegangen. Mit 2-1 gewinnt Wacker Dienstlaken gegen Post Siegfried Hamburg. Das war ein hartes Stück Arbeit für die körperlich am Limit taumelnden Wacker Spieler. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Sie haben trotz, dass sie viel getrunken haben, zugehört und haben das, was am wichtigsten ist, umgesetzt. Sie haben gesoffen natürlich, aber die standen am nächsten Tag jeweils beim Training. Dann waren die hier auf dem Punkt da, sind zwar konditionell platt gewesen, ich wundere mich sowieso, wie man so viel trinken kann und dann noch so Konditionen hat. Sie waren da diszipliniert, muss man sagen. Und man hat gemerkt, wenn man saufen tut, wird man auch müde. Aber wir haben die drei Punkte und das ist das Wichtigste. So eine Truppe wie ihr haben wir auch noch nie erlebt. Ist das positiv oder negativ? Ja, positiv natürlich. Champions League Anteke seid ihr definitiv. Und ihr habt euch das heute auch verdient und wir sind stolz, dass wir euch hier begleiten durften. Aber ihr wart noch nicht bei 100%. Ihr seht, was so möglich ist und es ist noch viel mehr möglich. Und jetzt mit dem Sieg, glaubt noch mehr an euch bitte. So Kifi, was ist jetzt mit Aufstieg? Das kitzert wieder. Ein verbotener Wort. Okay. So Kifi, schla Code. So gut. So gut. Wie, die Someone. changes die Reunde die Reunde nach Hause oder wir können.